Yo, moin moin liebe Leute, wir haben hier eine Bar mitten in der Landschaft gefunden. Ich bin Aristos von der Hasenmafia. Wenn ihr neu reinschaltet, findet ihr unten den Link zur Playlist in der Videobeschreibung. Na gut, hier werden wir wahrscheinlich nichts finden, was wir wirklich brauchen. Für Getränke gebe ich hier echt kein Geld aus. Nur haben wir wieder die Qual der Wahl, wo gehen wir hin? Zu diesem schönen Häuschen hier? Oder wo geht es da hin? Ich würde sagen zu dem Häuschen, dann zur Fabrik und dann dort hin. Ja, wir sind hier mit dem Gesellen Kotswurst unterwegs und auf der Mission den Norden zu untersuchen. Das ist ja mal eine echt schicke Atmosphäre hier. Ich muss immer dran denken, vielleicht Screenshots zu machen. Lin Woods. Mhm. Hm. Clown kann man, also... Aber das zählt nicht als Clown, besser gesagt. Das dürfte ein Zeichen dafür sein, dass wir hier eher auf feindlichem Gebiet sind. Ah, das war wohl... Da. Ne, das ist eine Puppe. Oder ein Toter. Hm. Ah, hier scheint wohl was schief gelaufen zu sein. Hier bekomme ich auch nicht auf. Oh, ein Meisterschloss. Und Vorsicht. Raider. Gehen wir mal in eine fernkampffähigere Waffe. Oder zu einer. Orada. Oh. Uh. Ah... Oh. wow shit wow wow um Auf dem Fall wäre ein Stimpack ganz gut und Deckung. Ich weiß noch nicht mal wo die Schüsse herkommen. Ah, legendärer Raider. Wow, kurz mal zwischenspeichern. Wow, was war das? Auf jeden Fall ist die Gesundheit. Gerade ganz ganz mies. Oh. Oh oh. Vielleicht sollten wir da auch mal was reinwerfen. Oh. Ohh. Ich weiß nicht, wie ein Fanfighter ist. Wo sind sie hin? Da. Und wo hast du deinen Chef gelassen? Da irgendwo? Ich schätze mal, da können wir jetzt unsere Sniper-Munition sparen. Oder mit dem Strahlemanns. Wir sind eigentlich noch besser. Okay, da stand ich jetzt mitten im Schussfeld. Das sollten wir gleich erledigt haben. Hm. Jo. Oh. Und das war's. Genau. Schauen, ob wir alle erwischt haben. Das Wicht des Revolutionärschwert. Interessant. Nicht bewegen, das ist nicht so mein Ding. Aber er macht Elektro-Schaden. Vielleicht lähmt das. Auf jeden Fall sind wir hier bei einem Ort gelandet. Genau. Und das heißt, ich kann hier mal schnell reisen. Hey. Und Sachen verkaufen. Na ja, ein bisschen kann der Herr Kotzi noch tragen. Dann schauen wir nochmal kurz, was wir hier plündern können. Und verabschieden uns so langsam hier von dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann, hier waren wir ja schon drinnen gewesen, geht's dann weiter hier und wir schauen uns den Turm an. Das Schloss krieg ich nicht auf. Ja, das Meisterschloss kriegen wir leider nicht geöffnet. Und uns fehlen noch, ja, einige Erfahrungspunkte zum nächsten Level, wo wir vielleicht dann schon Meisterschlösser öffnen können. Wir haben ja jetzt das Hacken eigentlich gemeistert und können bald zu einer Stelle zurück, wo wir vermutet haben, dass da eine Vault ist. Was sich jedenfalls hier drin verbirgt, das erfahrt ihr dann gleich in der nächsten Folge. Geht auf die Playlist, wenn ihr da alles hintereinander weggucken wollt. Bis gleich.